Okay, Kamera gut, Ton, eins, zwei, drei, alles klar. Ja, könnt ihr noch ein bisschen Ruhe geben dahin, wir machen den Aufnahmen, Dankeschön. Heiko Grimm bereit für die Playoffs? Ja, also wir sind wirklich mega... Tschuldigung, es passt schon. Hä? Geht's noch? Also ich muss einfach sagen, wir sind wahnsinnig, wahnsinnig motiviert, freuen uns, dass es losgeht und können mal so richtig weghauen.